hallo liebe klemmbaustein freunde ich bin axel von steinreich tv und wir sind gerade dabei den classic bicycle shop von layra l zu bauen mit der set nummer 100 04 mit 3668 teilen ein modular ein geklautes mock von breakative ist das veröffentlicht worden und layra hat sich dieses mock die anleitung gekauft und geklaut und ein eigenes set rausgemacht also wenn ihr das set kaufen wollt dann würde ich euch doch sehr ins herz legen auch die anleitung bei breakative zu kaufen damit der original designer auch etwas davon hat ja so weit sind wir jetzt hier wir haben das erst das erdgeschoss haben wir gebaut das sind die ersten drei bauabschnitte von insgesamt sechs also wir sind jetzt ungefähr bei der hälfte bei der anleitung sind noch nicht ganz bei der hälfte das immer ja das immer auf seite 60 von 130 also ja fast die hälfte das passt schon ungefähr also wir haben wie gesagt hier drei bauabschnitte wir haben hier links einen bike shop da sieht man das steht hier erstens mal drauf hier bikes dann haben wir hier fahrräder außen dran hilft sind ein paar fahrrad helme und da hinten haben wir ein paar reifen mäntel zubehör ein bisschen werkzeug da steht noch mal ein fahrrad in der auslage das hier ist die kasse dann haben wir hier noch ein paar lenker zum kaufen und hier stehen noch ein paar fahrräder rum genau so sieht es aus das haben wir bisher hier beim bike shop und dann hier nebendran oder hier hinten haben wir ein bisschen grünzeugen paar vereinzelte steine ein rang pflanze hier hoch und drei abfallbehälter hinten haben wir noch mal ein verglasten eingang da geht es noch mal eine tür dann in den aufzug rennen zeige ich euch gleich und auf der anderen seite haben wir hier unten vor allem eine treppe zwei stühle ein bisschen so warteraum optik und hier haben wir so ein kleines tischchen so rezeptions tischchen oder sowas weiß ich nicht und was das hier sein soll an der wand weiß ich auch nicht aber so weit sind wir jetzt sondern haben wir hier den eingangsbereich mit zwei lampen und diesen schönen riffelsteinen und den bogen drüber das finde ich eigentlich sehr schön gemacht und dann haben wir hier noch einen aufzug gebaut der hat hier sehr schöne klare unverkratzte glaspaneele oder naja trans clear paneele und dann haben wir hier zahnrädchen an denen wir den aufzug hier ein bisschen hoch und runter fahren können das ist ein bisschen schwergängig und wenn da oben noch mehr hinkommt um den aufzug noch weiter hoch zu fahren als zumindest bisher könnte ich mir vorstellen dass es dann irgendwann gar nicht mehr so richtig geht das ist unser aufzug der hat hier keine t hat aufzugsknöpfe und der wird hier mit einer umfangreichen zahnrad konstruktion hier hoch und runter gefahren aber es geht echt schwergängig also zum wirklich bespielen ist es vielleicht dann nichts man normalerweise würde ich sagen ja nicht so eng aufstecken dieses die die zahnräder und so dass man ein bisschen spiel hat aber wirklich viel platz und das anders zu machen hat man da nicht weil das ja die system steine die das das ganze hervor geben also viel luft zwischen zwischen den teilen lassen ist ein bisschen schwierig das ein bisschen leichter gehen würde aber auf jeden fall es funktioniert in der theorie vielleicht liegt daran mir vielleicht hätte ich beim bau doch ein bisschen noch großzügiger sein müssen vielleicht wäre es gegangen ich weiß es nicht aber so sieht es im moment aus und bisher gefällt mir ganz hervorragend das design das einzige hier diese lenker von den fahrrädern die sind fest verdreht also das ist die sind immer hier so verdreht das bei allen so weiß nicht warum man das gemacht hat im original entwurf mit lego fahrrädern ist es nicht so vorgesehen gut aber ich würde sagen wir machen jetzt einfach direkt weiter mit bauabschnitt 4 und ich melde mich dann wenn es wieder was spannendes gibt spätestens zum abschluss des bauabschnitts bis zum abschluss des bauabschnitts bis zum abschluss des bauabschnitts das ist ein gebäudeteil gebaut den linken teil unseres ersten obergeschosses und wir haben hier eine sehr aufwendig gestaltete fassade eine ziegelstein fassade mit sehr vielen unterschiedlichen steinen drin hier habe ich mich ein bisschen verbaut hier dieser einmal 6er brick der gehört hierhin und der gehört dahin da habe ich in der anleitung die farben nicht genau unterscheiden können das ist ein wenig schwierig in diesem fall das ist nicht so eindeutig ich weiß nicht kann man es hier sehen hier das sind die farben die sind meiner ansicht nach nicht so eindeutig zu unterscheiden und ja gut da musste ich jetzt hier ein bisschen raten hier war es bei den anderen war es besser zu erkennen vor allem wenn man dann halt guckt was man sonst noch so drum herum baut aber hier in diesem fall hat es halt einmal nicht geklappt aber das kommt halt vor wir haben hier drin ich würde mal sagen das ist so ein hostel zimmer also das sind drei bett also hier ein bett und dann hier ein stockbett das wird so ein jugend jugend herbergen mäßiges zimmer sein ein einzelner stuhl hier und drei betten und hier haben wir ein gemeinschaftliches badezimmer mit duschkabine kleines waschbecken und toilette und dann haben wir hier weiter aufzugsmechanismus gebaut habe ich jetzt ein bisschen lockerer gebaut dann geht es jetzt auch besser vielleicht muss ich es unten nochmal ein bisschen auseinander nehmen und und die etwas lockerer zusammenstecken aber ich glaube dass das mache ich jetzt nicht mehr wie gesagt ich werde damit nicht wirklich spielen deswegen ist es nicht so wichtig ob die ob die jetzt wirklich gut laufen die zahnräder oder nicht aber die laufen hier zumindest etwas besser als unten ja viel mehr habe ich noch nicht gebaut jetzt kommt hier auf der anderen seite hier geht dann die treppe hoch von diesem rezeptions bereich im erdgeschoss ja ich habe hier mein finger jetzt wo ich es gerade sehe da habe ich habe ich mir die kuppel etwas gekürzt mit messer gestern beim kochen deswegen der sieht jetzt ein bisschen wüst aus guckt nicht so genau hin nun ich würde sagen machen wir direkt weiter mit baubschnitt 5 da stellen wir das erste obergeschoss fertig und baubschnitt 6 ist dann das dach ja 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 und fertig ist es das erste erste obergeschoss von unserem classic bicycle shop wo kein bicycle shop mehr drin ist sondern eben ein hotel hostel irgendwas mit mehreren zimmerchen gäste zimmern hier haben wir ein dreier zimmer ein einzelbett und ein stockbett hier und hier haben wir noch mal ein herr mal ein einzelzimmer mit einem bett und hier haben wir eine dusche und toilette auf dem gang das ist für alle zimmer und den aufzug habe ich hier mal hochgefahren das ist ganz schön schwierig also die konstruktion die ist jetzt nicht so super gelungen ich habe schon ganz kaputte hände davon aber es ist mir gelungen ist also vom von der praxis her es funktioniert so einigermaßen aber wirklich spielerisch den betätigen oder so kann man komplett vergessen hier haben wir ein schild gebaut ein ilio oder sowas was das sein soll weiß ich nicht so heißt es halt und die rückseite hier kommt noch irgendwas hier kann man auch den aufzug bedienen vielleicht geht es auf der seite besser da hinten muss man von hinten probieren ich habe es bisher nur von vorne probiert ansonsten hier eine große glaswand und die die transkrierteile sind auch wirklich alle in top qualität um ja so das haben wir gebaut und hier haben ein paar blümchen dies sind nach anleitung sollte eigentlich hier so ein bisschen schräg sein aber ich weiß nicht die normalen blumenkästen sind eigentlich her gerade was uns regnet ja immer wenn man gießt läuft das wasser nach vorneweg und daher ich habe die einfach nach oben gestellt ganz normal gerade so wie das normalerweise der fall ist würde ich sagen ja das städtchen ist ganz nett und so also ich bin bisher sehr zufrieden wir haben einige spannende bautechniken hier sieht man zum beispiel dass wir hier so eine halbe noppe breit abstufung haben und das haben wir hier öfters in dem bau und das macht immer interesse dass das ist von den bautechniken her immer interessant wie das wie das erreicht wird und so das finde ich eigentlich ganz spannend also mir wird es hier nicht langweilig beim bauen das hat man hier überall immer mal wieder auch wenn man es nicht so deutlich sieht wie jetzt da vorne bei dem hier hier an der stelle aber wir haben immer wieder so dass man ganz viele jumper plates und so was einsetzen dass die so machbar ist dass der bau so machbar ist wie man es sich vorstellt hier ist ja auch zum beispiel hier eine halbe noppe und da und so also da gibt geht einiges und bisher gefällt es mir wirklich wirklich gut auch die einrichtung hier durch man das ist natürlich sehr simpel hier vor allem weil ja hier zwei gäste zimmer aber hier mit dem stockbett und das einzelzimmer und die treppen gefallen mir gut also ich bin wirklich sehr happy mit dem was ich bisher gebaut habe und jetzt bauen wir noch stockwerk nein jetzt bauen wir noch das dach und dann sind wir auch schon durch das kommt jetzt darauf und dann bauen wir weiter und ganz am schluss schauen wir noch mal den aufzug an ob der auch funktioniert dann die Bis zum nächsten Mal. So und fertig ist unser Classic Bicycle Shop von Leier mit der Nummer 10.004 mit 3668 Teilen. Das war die Anleitung. Jetzt gucken wir ganz schnell auf die Figuren. Die haben wir noch nicht gesehen. Wir haben wieder sechs Figuren, wie auch schon beim Shoe Store. Und wir haben wieder diese sehr mit den breiten Oberkörpern, die hier so eckig rausgehen. Und die sind wieder alle sehr einfach gehalten. Wir haben jeweils einen Druck auf den vorderen Oberkörper und sonst aber keinerlei Drucke. Weder vorne noch hinten. Wie gesagt, insgesamt sechs Figuren, drei Mädels, drei Jungs. Hier die... Die zwei haben so ein bisschen weiche Frisur, die hier auch. Also so Gummifrisuren und die hier ist eine feste Frisur. Und die zwei haben halt Hütchen. Ja, man kann die Figuren etwas drehen. Hier sieht man es bei ihr. Die kann man ein bisschen drehen auf den Beinen. Die haben da so einen Stift. Aber man kann es nicht weit drehen, weil dann hier die... Diese kleinen Stege dann doch bremsen. Aber so leicht verdrehen kann man die Oberkörper. Da kann man die Figuren vielleicht noch ein bisschen anders positionieren, als jetzt zum Beispiel Lego Figuren. Ja, man kann schon mit denen spielen, aber toll sind sie jetzt nicht. Nee. Also gut. Dies sind die Figuren. Was ich auch noch nicht gezeigt habe, sind hier diese... Das sind acht Lightbricks, die so zum Andrehen sind. Die habe ich nicht verbaut, weil das ist ja unpraktisch, wenn man hier immer so praktisch das Gebäude aufmachen muss und dann andrehen und dann wieder zumachen. Wer macht das schon? Ich mache das nicht. Das kann man mal, wenn man einen so einen Dinger irgendwo in einem Set hat, kann man das mal machen. Aber bei acht Stück für ein ganzes Gebäude, das ist schon ein bisschen Unfug. Das muss ich jetzt nicht gemacht haben. Also, kommt auch weg. So. Und jetzt schauen wir uns doch mal das Gebäude selbst an. Kommt mal ein bisschen her. Und zwar, wir haben es ja schon praktisch gesehen. Wir haben jetzt hier oben noch das Dach gebaut als letztes. Im ersten Video haben wir ja hier das Erdgeschoss gebaut, jetzt hier im zweiten Video das erste Obergeschoss und das Dach. Das waren insgesamt drei Bauabschnitte jeweils. Ja, und hier links haben wir halt diesen Bikeshop und hier rechts den Eingang zum Ilio. Das ist irgend so ein Hotel-Motel. Na, Motel natürlich nicht. Hostel vielleicht oder sowas. Und da sind halt dann so Gästezimmer drin. Und hier haben wir eine hübsche Wand in Backstein-Optik mit ganz verschiedenen Steinen. Hier Mauersteine und hier kommt mal auch ein Stein raus. Und hier hat es so Palisadensteine. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Genauso hier wie dieser Dachabschluss. Den finde ich auch sehr hübsch gemacht. Diese Optik zieht sich hier fort. Hier habe ich irgendwo, der gehört vielleicht hier hin oder so. Einen von diesen, ich glaube die zwei habe ich vertauscht. Aber das liegt an der Anleitung, die bei diesen Steinen die Farbunterschiede nicht so gut darstellen kann. Die Rückseite, die wirkt deutlich moderner als die Vorderseite. Oder zumindest ein wenig, weil hier am linken Gebäudeteil hier diese großen modernen Fenster sind. Wo man dann hier in das Gebäude reingucken kann. Auch hier unten der Eingang, das wirkt schon etwas moderner. Hier kann man auch den Aufzug betätigen, zumindest in der Theorie. Vielleicht wenn man da vernünftiges Griff hat, eine Kurbel oder so, könnte man das vielleicht machen. Mit der Hand geht es hier zumindest eher nicht so gut. Hier unten, hier hinten haben wir noch so ein bisschen Klettergewächs. Das finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Und hier, ich überlege gerade, das ist doch nicht richtig, das muss doch irgendwo da hoch. Ich weiß es nicht. Naja, also so hat die Pflanze keine Verbindung mit dem oberen Stockwerk. Ich sehe es jetzt aber auch nicht. Auf die Schnelle finde ich es nicht in der Anleitung. Das ist natürlich... Ich meine, ich habe das jetzt hier falsch. Ich habe es vorhin mal abgerobbt und ich meine, das müsste irgendwie da in Verbindung stehen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Von daher, es ist mir auch nicht so wichtig. Gut, gut finde ich hier diese Recycling-Container, diese drei Stück, die drei Mülleimer. Die passen eigentlich so gut in den Hinterhof und das gefällt mir gut. Gut, bevor wir die Stockwerke mal abnehmen, würde ich hier noch auf einen Macken hinweisen. Und zwar, das obere Stockwerk kann man nicht komplett aufsetzen. Wie man hier sieht, hier ist eine Spalte, die sich hier durchzieht. Und das liegt hier an dieser Regenrinne. Die wird hier in dieses Pinende von dieser Stange hier gesteckt. Und wie man hier an der Stressmarke schon sieht, hier, das ist weiß. Die Stange hier ist zu dick, als dass sie da vernünftig reingesteckt werden könnte. Und somit geht das Ganze nicht weit genug nach unten. Und somit sitzt das hier, das Stockwerk hier sitzt hier auf und kann nicht ganz runtergedrückt werden. Und somit haben wir dieses Problem, dass wir hier halt diesen Spalt haben. Jetzt könnte man hier im Prinzip die Stange oben ein kleines bisschen abfeilen. Ein, zwei Millimeter sollten reichen und dann funktioniert das auch. Aber in der Form, zumindest ist es mir nicht gelungen, in der aktuellen Form, das vernünftig zu schließen. So, jetzt würde ich sagen, wir nehmen einfach mal das Gebäude hier ab. Das Stockwerk ab und gucken uns das mal eins nach dem anderen an. Ich nehme dazu jetzt erstmal hier das Dach runter. Hier ist die Treppe nach unten. Die kann man hochklappen. Ah, Hilfe. Die klappt sich jetzt nach oben, wenn ich es hinlege, aber das ist ja auch kein Problem. So, hier haben wir ein Dachfenster, das kann man so aufklappen. Dann kann man hier reingucken. Ja, da sieht man halt das Treppenhaus, wo jetzt die Treppe nach unten etwas unmotiviert rumliegt. Die klappen wir nachher wieder nach unten. Was mir auch jetzt auffällt, ist gerade hier, das hat irgendwie ein starker, ist stark verzarrt. Das ist vielleicht auch noch ein Grund, warum das nicht richtig oben aufliegt. Fällt mir da so auf, aber so ist es. Jetzt schauen wir uns mal die Zimmer an. Hier kann man direkt reingucken, durch das Fenster. Das ist hier so ein Gästezimmer. Da liegt ein Bett und ein Tisch. Ein Stuhl, eine Lampe, eine Pflanze und das war's. Hier kann man aufklappen und ins Treppenhaus reingucken. Wieder die Treppe, die wieder dann nach unten geklappt werden kann. Und auch auf dieser Seite kann man aufklappen. Nicht zu weit, dass man die Antenne nicht zerstört. Und hier ist nochmal ein Zimmer dieses Hotels. Ich nenne es mal Hotel. Und hier haben wir ein größeres Bett. Das scheint mir ein Doppelbett zu sein. Und auch hier da hinten ein Tisch mit Stuhl. Und das sieht mir fast wie ein angedeutetes Schrank. Beziehungsweise das sind Schubladen da hinten drin. Das haben die anderen Zimmer auch nicht. Und hier so ein Tischchen. Und natürlich auch wieder alles gefließt. Auch schön gemacht. Das ist mehr so wie die Suite vom Hotel. Aber ein eigenes Bad haben sie auch nicht. Hier das Bad ist auch ein Stockbad. Vom Stockwerk. Hier hat es eine Toilette, Klobürste würde ich sagen oder irgend sowas. Ein kleines Waschbecken. Und das war's. Ja, das war schon das Dachgeschoss. Und dann kann man gleich hier in unser zuerst das Obergeschoss reingucken. Hier haben wir außen Blumen angebracht. Die gehören eigentlich laut Bauanleitung hier so schräg hin. So. Ich wüsste nicht, warum man das tun sollte. Wenn man die gießt, dann läuft das Wasser runter. Also normal sind so Blumenkästen. Also zumindest in meiner Welt sind die eigentlich meistens relativ gerade. Vielleicht hängen mal ein bisschen Blumen nach vorne. Und so leicht schräg, aber so im 45 Grad Winkel wie in der Anleitung sind die eigentlich nicht. Deswegen, ich mache sie gerade. So sieht es auch gut aus. Das macht ja nichts. Hier haben wir den Aufzugsschacht hinter diesen Glaspanelen oder Glas-Transclear-Panelen. Die sind alle von hervorragender Qualität wie alle anderen Transclear-Teile auch. Ich habe keine Kratzer gesehen. Nix ist milchig. Höchstens. Also die Bricks sind nicht ganz so perfekt. Aber die Paneele und die Scheiben, da habe ich wirklich gar nichts zu meckern. Also da sind nahezu keine Kratzer drauf. Wenn minimal sind Mikrokratzer oder so. Also da habe ich echt wirklich nichts zu meckern. So. Also hier haben wir das Treppenhaus. Das hier zu dieser... Hier kommt dann diese klappbare Treppe herunter ins Dachgeschoss. Das ist die Tür zum Aufzug. Die machen wir... Die wackelt ein bisschen. Die hält nicht ganz so gut. Und dann geht es hier ins Badezimmer. Hier haben wir eine Dusche drin. Nicht so wie im Dach. Da gibt es nur eine Toilette und ein Waschbecken. Und hier hat es halt eben Toilette, Waschbecken und Dusche. Und dann haben wir hier ein Hotelzimmer mit einem Stockbett hier unten. Und hier oben ein Einzelbett. Wieder ein einzelner kleiner Tisch mit Stuhl. Und hier haben wir nochmal ein Einzelzimmer. Ebenfalls Bett, Tisch und Stuhl und fertig. Alles hier schön mit verschiedenen Farben. Alles schön gefließt. Alles glänzt. Das gefällt mir eigentlich ziemlich cool. Und ja, hier ist der Aufzugsschacht. Hier sind die Zahnräder, die alle bewegt werden wollen mit dem Zahnrädchen, was wir hier vorne sehen, zum Drehen. Das ist... Ja, das geht ein bisschen auf die Finger. So wirklich gut läuft da der Aufzug nicht entlang. Es geht mit Hängen und Würgen, geht schon irgendwie. Aber das... Wer sich da auskennen kann, das sicher noch etwas optimieren. So, und jetzt kommen wir auch schon zum Erdgeschoss. Das haben wir uns ja auch schon alles angeguckt im letzten Video. Hier haben wir den Bikeshop. Hier mit diesen Rädern, die davor stehen. Die haben alle diesen verdrehten Lenker. Also den kann man auch nicht drehen oder so. Das ist, ja, gewöhnungsbedürftig, würde ich es mal nennen. Es passt jetzt hier zu diesem Bikeshop ja schon irgendwie. Da sind die zum Platz sparen ja auch manchmal einfach gedreht, die Lenker. Das kenne ich so in der Realität durchaus von manchen Fahrradläden. Und hier rechts haben wir den Eingang. Hier finde ich ja auch schön diese Rippelsteine hier dran. Und wir haben hier auch in anderen Stockwerken hier diesen halben Noppe Versatz. Das machen die hier öfters. Das gibt eine coole Optik. Und macht auch den Bau spannend, weil wir hier viel mit Jumper Blades und so arbeiten, um das zu realisieren. Auch an anderen Stellen. Wir bauen wirklich sehr viel mit Jumper Blades, um gerade solche halben Noppen, Abstände und so was zu erreichen. Und ja, es bleibt spannend. Auf jeden Fall der Bau. Das ist eigentlich ganz cool. Und hier der Eingangsbereich, der ist auch echt schön gemacht. Und da hinten ist praktisch hier die Rezeption. Hier die Rezeption. Das ist so ein ganz schmaler Tisch mit einem Stühlchen dahinter. Und dann passiert hier eigentlich auch nicht mehr viel. Hier gibt es noch irgendwie einen Wartebereich. Da hinten gibt es noch die Tür zum Hinterhof und die Treppen nach oben. Und das war auch schon der Bereich hier rechts. Das Wichtigste ist halt hier der Aufzug. Und was diese einzelnen 1x1-Round-Plates hier machen, hier übereinander gestapelt, was die zu bedeuten haben. Das ist wahrscheinlich irgendeine Deko-Sache. Es macht nicht so wahnsinnig viel Spaß zum Bauen. Aber es sieht eigentlich schon ganz gut aus. Von daher, ich will mich nicht beschweren. Ja, dann kommen wir hier zum namensgebenden Teil des ganzen Gebäudes. Und wir haben den Bikeshop. Hier haben wir den Kassenbereich. Das ist die Kasse. Hier im Schaufenster steht nochmal ein Fahrrad. Dann haben wir hier Aufzugszahnräder. Hier ein bisschen Werkzeug. Und hier haben wir Fahrradzubehör, Mäntel. Hier auf diese runden Fliesen kommen Aufkleber von Speichen drauf. Also im Prinzip Räder und andere Sachen und Lenker und so Zeug. Also das ist eigentlich hier so ganz cool. Hier ist das Zubehör. Hier haben wir ein Fahrrad auch nochmal ausgestellt. Dann haben wir hier nochmal Lenker an der Wand verschiedener Art. Hier zwei Fahrradhelme im Schaufenster wieder. Und dann haben wir hier noch ein Fahrrad ohne Räder hier hingestellt. Und hier hinten in der Wand sind auch solche Lücken, dass man auch normale Räder mit normalen Lenker hier anbringen könnte. Also die gedrehten Lenker wären jetzt hier auch für dieses nicht notwendig gewesen. Das wäre auch ohne gegangen. So, ja, soweit haben wir es. Das ist unser Bikeshop. Hier auch die Schrift, die ist ganz gut gemacht. Und jetzt wollen wir mal versuchen, ob wir den Aufzug nach oben kriegen. Ich kann es euch nicht garantieren. Das ist tatsächlich etwas haarig. So, jetzt habe ich es mal zumindest soweit zusammengesetzt. Und jetzt versuche ich mal, ob ich den Aufzug nach oben kriege. Also hier, so gut ging es die ganze Zeit nicht. Also es geht. Aber wir kriegen hier sogar bis maximal da oben raus. Das ist tatsächlich jetzt das erste Mal, dass der so relativ sauro hier durchläuft. Ah, jetzt ist er doch mal hängen geblieben. Also, der Aufzug funktioniert grundsätzlich eigentlich schon. Wir müssen halt ziemlich viele Zahnräder immer bewegen. Das sind sicher, insgesamt würde ich sagen, sind wir fast an 20 Zahnrädern dran, die wir hier bewegen müssen, die ineinander greifen. Das ist halt schon ordentlich. Also, wenn man da irgendwie auch nicht so richtig drauf gefasst ist, dass man hier so das möglichst ein bisschen locker baut. Also, das würde ich auf jeden Fall verraten, dass man die ein bisschen nicht so arg fest einklemmt, wenn es denn geht. Das weiß ich nicht, ob es überhaupt so wirklich möglich ist, damit man den Aufzug auch wirklich bedienen kann. So, das ist das Dach noch angebracht. Hier die Deko wieder. Es ist gerade, so, die Deko wieder gerade gerückt. Okay, so sieht es aus. Unser Bike Shop von Laio. Wie gesagt, ein geklautes Mock von Brecative. Da würde ich auf jeden Fall die Anleitung kaufen. Da ist ein bisschen was übrig geblieben, so ein paar, eine Handvoll Teile. Also, nichts weltbewegendes. Hier so ein Lenker, zwei, einmal vier Bricks, die aber auch nur übrig geblieben sind, weil wir eine Korrektur der Anleitung hatten, in der die hier im Aufzug ersetzt wurden durch zwei, einmal vier Brick Modified mit seitlichen Noppen, die durchsichtig sind. Und da hinten am Aufzug sind solche Fliesen noch dran, dass der Aufzug besser da entlang gleitet. Das ist die einzige Änderung. Und deswegen haben wir hier eben halt diese zwei Bricks hier noch übrig. Ansonsten ist es ja wirklich nur kleinstes Zeug. Also, dieses Set eignet sich nicht, um den Steine-Ersatzvorrat in der Sammlung zu erweitern. Also, zumindest die Ersatzteile, die übrig sind, die sind nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Was mir noch auffällt hier bei dem Gesamtbild, was fehlt denn euch im Vergleich zu anderen Modulars hier? Was fehlt? Drei, zwei, eins. Genau, die Laterne fehlt. Eigentlich stehen von sonst vor jedem Modular ein bis zwei Laternen. Und hier haben wir keine. Hier haben wir so einen silbernen Rundfliese. Was die da macht, was die bedeutet, weiß ich nicht. Aber hier hätten wir natürlich auch eine Laterne hinstellen können. Braucht man natürlich nicht. Aber ich fand es eine lustige Feststellung, dass es hier tatsächlich mal ein Modular gibt, das keine Laterne vor dem Haus hat. Ja, also, das Designhammer ist ja schon ausreichend gewürdigt, würde ich sagen. Jetzt würde ich noch mal kurz auf die Steine zurückkommen. Wie gesagt, es ist GoBricks und GoBricks macht sehr gute Steine. Da sind sich wohl die Leute inzwischen alle einig. Es gibt natürlich auch hier immer noch so Kleinigkeiten, die man meckern könnte. Ich hatte ein paar Steine dabei, die wieder leichte Verunreinigungen hatten, die sich teilweise ganz gut haben wegwischen lassen, teilweise auch etwas schwerer zum wegwischen waren. Da muss Mordking noch ein bisschen dran arbeiten, dass da die Sauberkeit, mit der gearbeitet wird, noch etwas erhöht wird. Aber ansonsten kann ich absolut keinen Grund zum Meckern finden. Also, die Steine sind super gut. Ja, die Lenker von den Fahrrädern, das ist bekannt. Ein paar der Türen sind ein bisschen wackeliger, als ich gewohnt bin von GoBricks. Weiß nicht, was da los ist. Da haben wir hier eine davon. Ah, die geht. Ah, die gehen eigentlich. Das war hier die Tür vom Aufzug, die ich ja vorhin zumachen wollte und die natürlich wieder aufgegangen ist, weil ich das Set so schräg gehalten habe. Die wackelt ein bisschen. Also, die ist nicht ganz so fest im Rahmen, wie man sich das wünschen würde. Ich glaube, noch mal ein, zwei andere Türen waren auch etwas wackelicher gelagert. Aber ansonsten, ich glaube, sonst würde mir echt nichts einfallen, wo ich hier irgendetwas meckern könnte. Also, Design ist toll, Steine sind toll, was dieses Set echt hier zu einem kleinen Favoriten von mir macht. Ich baue ja wirklich viele Modulars, aber das hat mich jetzt wirklich ziemlich begeistert. Das hat mir viel Spaß gemacht beim Bauen und es war auch nicht langweilig, wie gesagt, durch die Bautechniken. Es sieht toll aus. Also, mir gefällt es wirklich gut, wenn ich jetzt so eine richtige Klemmbaustein-Stadt hätte und die Modulars nicht einfach nur so im Regal ein bisschen nebeneinander stehen, dann hätte das mit Sicherheit einen festen Platz bei mir in der Stadt gefunden. Also, von mir gibt es grundsätzlich eine klare Kaufempfehlung mit der kleinen, kleinen Einschränkung, dass es ja, wie gesagt, ein geklauter Mock ist und das ich eigentlich so nicht unterstützen mag und deswegen euch dringend ans Herz legen möchte, auch wenn ihr das Set kauft, doch auch die Anleitung bei Breakative zu kaufen, dass der Designer auch seinen Anteil von diesem Set bekommt und ihr einfach ein sehr gutes Steine-Paket bekommt, um dieses Mock auch umzusetzen, ohne jetzt hunderte von Euro für Lego-Steine auszugeben. Auch selbst mit selbst zusammengesuchten Copics-Steinen seid ihr sicher. Beim doppelten Betrag von dem, was jetzt hier dieses fertige Set kostet. Also, dann sind wir durch und ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne den Daumen nach oben drücken und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann gibt es da so einen schönen Abo-Knopf, da könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Glocke drücken, dann werdet ihr auch informiert, wenn es neue Videos gibt. Dann wünsche ich euch mit euren Bauprojekten ebenso viel Spaß und verbleibe mit besten Grüßen. Euer Axel von Steinreich TV Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!